Ich grüße meine Tante, Puse Muckel. Guck mal, was steht da auf dem Fisch-Tennis-Tisch? Oh Mann, eine Kamera. Hier ist doch keiner auf. Oh, man sieht aber hier halt die Aufschläge. Hier ist überhaupt kein Wind. Ansonsten hältst du mal die Platte fest, dass du nicht umkippt. Dann gehen wir nachher runter, wir haben einen Platteschub Sonne, oder Jungen? Boah, da macht auch kein Wind nichts, sag ich mal einfach. Was? Da macht auch kein Wind nichts. Ach Jonas, der achte Aufschlag in die Hose, sag ich fast. In's Net. Oh, der neunte. Das wird alles festgehalten. Guck's heute Abend im Fernsehen an. Und noch einen Netzroller. So. Danach spiel ich ihn an, und dann spiel ich ihn an, und dann spiel ich Jonas. 14. 14. Gut, Jonas. Das war auch nichts. Stopp. Ja, ja, der geht nicht. Doch, nee, das war Jonas. Jonas, du spielst immer so. Jonas, du spielst immer so. Man könnte aber einiges nicht. Wenn ich einen Punkt. Nein. Nein. Du spielst immer so. Mach du auch. Wuhu. Null und nicht. 16. Aufschlag Nummer 16. Wie, der ist jetzt gegen? 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. Natalie Schnecke. 20. 20. 20. 21. 21. Okay, jetzt schließt er. Jetzt schließt er. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Noch nicht. 20. 11. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22.